bisschen mehr respekt vor tieren ich glaube schon wir sind einfach zu schwach so eine befestung habe mich reizt dass diese leute da platz zu machen die ersten weil man findet zwischen den einzelnen leuten also man die ersten blatt gemacht hat und zwischen anderen dann findet man schränke und tische mit items drin da möchte ich wenigstens die ersten blatt machen weil da waren zwei gänge das heißt wir könnten zwei verschiedene dinge finden down put him down jawoll da liegt und jetzt schaffen wir es auch nein ja das ist ein heilungstrang sehr schön dann seht ihr mal wie so eine festung aussieht ein bisschen ja da gehe ich recht lang das auch noch welche ordnung ist liegt die bombe auf dem tisch das sind vier leute hinter mir ne ich hab's vergessen das spiel umdrehen ne ne ich hab's vergessen die magier muss man hinter mir lassen okay einer so umgedreht und zwei erreichen okay zwei schicken ja trinkt noch mehr tragen ist schon klar jawohl dann haben wir dich auch platz gekriegt wenn wir uns jetzt beilen dann schafft man sogar noch den nächsten vor wieder verschwindet komm schon nein verfehlt das gibt's doch nicht jawoll lass mich in ruhe trank trinken tranken 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 und noch einen ja ist ok trifft mich ruhig obwohl ich fliehe demnöcher magier aber auf den magier drauf so den stab liegen lassen von ihm ok na dann würde ich sagen das lief ganz gut wir sind da ist noch drin da ist gar keiner mehr drin auch sehr schön da nehme ich jetzt mal glasfasche mit und das haben wir hier noch der islawing special ok na dann wie dort man denn jetzt raus das war gleich einer mit zwei kollis oder der gruppe merder da kommt noch mehr hinterher mist einer zwei kollis und zwei bogenschützen das könnte eventuell knapp werden warum ich die kollis mit dem typ über den fluss zurückkriege na komm schon bam boah schaff ich das schaff ich das schaff ich das ja gut die kollis habe ich vielleicht gekriegt ähm bin ich bin ich ach da ouch das ist ja weh ach so weil ich über den fluss drüber bin da hinten wenn ich Glück habe dann sie die sogar noch gar nicht wieder zurück schneller rennen so schnell du kannst ein Stück aber sind nämlich noch nicht in der festung wieder drin und da machen wir die platz hesschen los komm schnell ähm ich habe pech die sind schwer drin ok so na dann tue ich mal mein bunny mit in die hölle nehmen wenn er versteht was ich meine so was machst du Junge ich habe euch komplett gemacht alle ja scheiß gesinne ja das weine bursch kriegst du nicht ne ne so wieder eingenommen du kannst wieder die kleine menschen mit der riesenkolle da rumrennen finde ich geil finde ich geil macht einfach geil Hilfe lalilu nur der mach dem wild schau zum im Terror und Ich sehe nichts ein hammer ein hammer 舞 ok gut den kriegen wir auch noch komm jawoll und den haben wir dran trinken 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 und komm jawoll den haben wir wie gut wir nun mal sind hier das gibt es ja ich bin aus 5000 mal gestorben bis ich mich aufgeladen habe 3 was ist er das war nur 2 verstehe ich nicht na ok ich würde sagen wir lassen die fester in ruhe weil sonst kriegt ihr noch einen schreik an mit mir das sind rock man rockies au 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 stop 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 und damals hat man blatt gemacht und wir sind naja gut level der schnitz immer noch nicht so hoch wir wollten ja eigentlich zu den kerner kommt in der aufnahme dann machen wir das mal wir haben noch gute zehn minuten zeit wir gucken vielleicht mal länger so die frage wie lange am tag mitspielt ohne abzuschmieren das ist voll krank und kloppen auf das rächen drauf hier auf die nase auf die nase auf die nase auf die nase und ganz viel bumm auf die nase so damit aber die kräfe hat gemacht und wir sind schritt weiter gekommen wir müssen uns irgendwas suchen was schneller levelt ein alpaca das levelt bestimmt schnell was kaputter ist los los hessin ein xp kühle will doch schnell ich will noch schön den busch hier immer auf busch drauf habe ich jetzt nicht so dass die kühe und die sind orange wie das kür so sind die man aber ganze schaden die dinger ein armer 5 xp ich glaub's nicht und noch mal 5 xp ja kühe sind eine richtige milchgrube kleine schatze auf rande verdammt die dinger kenne ich sehr unangenehm zeitgenossen sehr unangenehm da waren vorhin selbst die wölfe im vergleich dazu nicht finde ich meine aber sie sind ungefähr genauso stark wie wir für sind aber wesentlich viel däler und lassen ewig nicht von einem ab hier war gerade eine dritte kuh in dem menu wo ist die kuh da war noch eine blume und ich will kühe finden gibt mir aber noch acht kür acht kür bitte hallo acht kür ich hätte gerne acht kür acht kür acht kür nicht sieben nicht sechs nicht fünf ich hätte gern acht geben sie mir nicht das ist voll gemein und wie weit zauert es denn noch bis okay ist es gar nicht mehr so weit ich will meine betreide reichen bis dahin aber hat oder weh da habe ich jetzt vollkommen übersehen die tüten hilfe das ist was haben wir jetzt ausgerüstet ranger power power ist schwach bei ich über den zwei händler das ist wesentlich besser meiner meinung nach kann ich besser mit umgehen denn mehr achte sind fliegen sie ist immer auf die fliegen los ich hatte geben sogar zwei xp die fliegt bin ich ganz sicher ich bin sogar zwei xp dieşp sie auf jeden fall au 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 aaa ja jau wien bauer wien bauer beru oder Aweimbawa, Aweimbawa, Aweimbawa In the jungle, the night THE JUNGLE! Was? The lion sleeps tonight Awe Die Stimme ist total im Arsch Weil ich mir keine Pause gebe mit aufnehmen AAAAAAAA Was kaputt haben wir? Ja, los, hau drauf! Den krieg ich, komm, den krieg mal! Los, sau kaputt! Na, komm schon! Renn, renn, renn! Schlucken, drink, schlucken, drink! BAM! Juhu! Wie war der gegeben? 10 XP! Oh mein Gott, da hol ich mir gleich noch zwei davon Komm schon, hier, du! Ja, genau, du bist gemeint! Awee! Oh, ich muss auch haben, zu sinken, das ist ja schlimm Kann schon kein Mensch antun! BAM! Hilfe! Ah, los! Sau drauf! Jawoll! Und 11 XP sogar! Klasse! Wenn wir jetzt nochmal 11 XP kriegen vom nächsten Dann kriegt man... Oh, nein, 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 nicht beide, nicht beide! Ah, ich will nicht beide haben, nein, nicht beide! Gar nicht gut! Nein, nur ein! Nein, nur ein! Zwei sind zu viel für mich! Das krieg ich niemals hin! Oder? Scham, schluss! Ich brauche es einfach mal! Okay, 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 okay! Sehr schön! Oh, das freut mich ja jetzt richtig, dass wir es gerade noch so geschafft haben! So, warte mal! Ja, können wir irgendwas machen? Ja, nein, äh, warte, warte! Ja, ja, äh, 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 äh! man kann ja aussuchen das ist das lande in dem wir uns befinden hier gerade im moment und wenn man landesgrenzen überschreitet kann man eventuell neue regionen kommen glaube ich bin mir sicher ob das jetzt landesgrenzen abhängig ist oder ob das die biome da sich unterscheiden wie damals die geografie also die lehrerin am anfang klar machen wollte dass klimazonen das war nicht das war nicht die man das war die lernen ein klar gemacht hat das kulturgruppen kultur und kultur wenn ich das hießen das kulturgruppen das ist das kulturelle oder religiöse bereiche nicht gleichzusetzen sie mit landesgrenzen das war und das was gab es nicht mehr da muss man das zu beschreiben der abschnitt 3 bekommen das will ich noch ganz genau dann waren dass es war sechste klasse ist zwischen ewigkeiten her das sind jetzt im moment sechste klasse das sind fünf das sind sechs jahre wo krass sechs jahre ist sehr lang lang ist hier nicht glaube dass wir da und wenn ich mal kurz rein wieder ja okay das ist hier müssen kann da kommt irgendwo seine diesen gigantischen bergmassiv alter schwede das kann alles werden und hier fängt gleich die erste höhle an wo ich eigentlich braucht mit level 20 kann ich immer noch nichts daraus machen ja